So Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay. Ich hab den Domme dabei. Guten Tag, schon wieder. Und wir gucken uns an Grixis Delva gegen Elfen. Ja, wer jetzt nicht ganz blind ist, sieht, dass ich der Grixis Delva-Spieler bin, aber das ist ja egal. Ja, vom Matchup her, hast du schon gesagt, Grixis Delva nicht so gut gegen Elfen? Ich spiel mit UR halt wesentlich lieber dagegen, weil du viel mehr hast, also du hast im UR meistens wesentlich mehr Burn, was gegen die Elfen ganz gut ist. Was du in dem Grixis ist halt jetzt Push drin. Mal liegen auf 5, richtig? Das war mal auf 5, genau, das war erstmal so ein richtig scheiß Hand. Ja. Oder ist das mal auf 5? Ja, das ist mal auf 5. Ja, das ist mal auf 5, wir werden immer wieder runtergesetzt. Auf der anderen Seite beim Elfen-Spieler jetzt halt mit dem... Mit dem neuen Shepard. Genau, dem Elezaurus-Shepard. Da bin ich auch mal drauf gespannt, ey. Das ist halt schon eine ziemlich gute Karte. Das ist ein gutes Tier, haben wir ja auch schon gesehen. So. Bei Streams gesehen. Bayou. Green Sun Senil. Oh, der Ramp Turn 1. Ja. Da könnte man fast schon überlegen, ob man da vorst, aber nicht mit 5 Handkarten. Das ist die Frage, ob man das mit 5 Handkarten überhaupt kann. Ne. Wahrscheinlich nicht. So, das ist halt die Frage, ob man jetzt macht, ne. Jo. Keine Zeit. Thorzies hab ich gesehen. Bolt hab ich nicht gesehen. Thorzies. Dreadforst. Und den kleinen Dino. Den kleinen Dino, ja. Oh doch, Bolt war dort. Ja, der Ramp muss unterbunden werden. Ja, es helfen halt mit der Liste mit dem Shepard spielen die ja dann auch keine Lanova-Elfen und so weiter mehr. Genau, keine Lanova-Elfen, keine Mystics. Ähm, deswegen ist der Ramp Turn 1 schon relativ heftig. Ja, vor allem, weil sie sonst keine Möglichkeit haben. Ja, also der Zenith dann auf 0, äh... Ist ja praktisch der Lanova-Elf irgendwo, oder? Jo, ist halt ein 1-1-Lanova-Elf. Mhm. So, ne. Ah ja, hier, den komischen Baum, den Pen-Laven, spielen sie ja auch wieder, da für den... Ja. Für den... Black Engineer? Ja, genau, für den Black Engineer. Damit du den Tod blocken kannst mit den Nether Sentinels. Ja, ja, stimmt. Ja, hier. Zwei-Manner. Draw and go. Kann man halt mal machen. Ja. Hier wird jetzt wahrscheinlich der kleine Dino oder der Arkenist. Arkenist? Ja, Arkenist. Ja, stimmt. In der nächsten Runde kannst du Dino spielen, Spell spielen, angreifen. Du kannst halt die Forzi spielen, kannst dann trotzdem bolten. Das ist halt an sich schon relativ strong. Ja. Ja, man kann halt hier echt viel machen, tatsächlich. Das ist schon nicht gut. Also, Grixis, halt auch mit Force of Negation, Force of Will, hat halt trotzdem immer noch einen Counterplan auf der Hand. Mhm. Das ist auch gut. Das ist halt eigentlich alles nicht so schlecht. Das ist halt schlecht. Der Counterplan ist gerade schlecht geworden. Der Counterplan ist gerade richtig schlecht geworden. Ah, das ist eh keines. Nur Forzi ist ... Okay. Äh? The Heritage. Forzi ist Brainstorm und der Drache. The Cradle. The Cradle. Okay. Cradle-Tab für drei Mana? So früh schon. Da hätte man doch auch die drei Mana aus dem Elfen holen können, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Theoretisch schon. Verstehe ich jetzt gerade auch nicht. Climps. Ah, okay. Climps. Aber ... Ja, das ist ja trotzdem egal. Mhm. Ähm ... Weil alleine jetzt hätte man ja schon vier Mana gehabt. Ja. Und damit ein Mana mehr. Draw two, das ist halt auch zwei Mana eins eins. Draw two ist halt schon ... Das ist schon heftig. Ja gut, hätte man wirklich ein Mana mehr gehabt? Das ist halt die Frage, ob das großartige Unterschied macht. Ne, ich glaub nicht. Äh ... Zweiter Shepard, Draw ... Blablabla. Blablablabla. Das ist der ... Ah, das ist der Birchlow. Der macht zwei Elfen tappen. Mana blieb ja auf Arbe. Genau. Jetzt hat er aber auch schon wieder drei Elfen übrig für drei Mana, von daher ... Ja, relativ ... Also wenn er One Drops droppt, ist das ja mit dem Real-Touch echt gut. Ja. Okay, jetzt wird's immer besser. Ja, das ist halt wirklich gut dann. Ja, jetzt folgt er, glaub ich, nur am Shortcutten. Einfach. Ja, glaub kein Shortcut. Wird zu Ende gespielt. Naja, hier gut. Ich mein, das ist ein Shortcut mit dem Glimps. Ach so, ja. Ja. Weil jetzt mal den Glimps-Trigger anzusorgen ist dann halt auch irgendwie nüpfig. Ja. Ja, aber schon, schon richtig. Der Trigger, den Trigger, ne, die Trigger, die Trigger, die Trigger. Ja. Dann für eins runter. Ich glaub bisher hätte er noch das Cradle nicht ... Doch, das Cradle hätte er gebraucht. Das Cradle hätte auf jeden Fall ... ... mehr Mana gehabt. Ähm ... Ja, hätte mehr Mana gehabt. ... vier Mana. Was kommt da jetzt? Äh ... Aktivier ihn. Ja, wenn er noch nichts gezogen hat, muss er halt irgendwie enttapp ihn. Ah ja, stimmt. Der muss ja weiterziehen. Ja. Genau. So, er zeigt, dass er benutzt wurde. Dann der runter auf zwei. Der wird enttappt. Oh, das ist auch wieder eine Menge Mana. Und da hatte Basti seine Steine nicht dabei. Ja, genau. Zum Anzeigen. Gerade aufgezogen. Greensun gezogen. Das ist halt jetzt nicht so geil. Da wär ein Order besser. Ja, Order wär jetzt ... Ne, wär's noch nicht. Ne, noch nicht. Ne, noch nicht. Ist ja ... Das Einzige, was angreifen könnte, wär der ... Ne, das ... Der, der, der ... Wer ist der noch mal? Elvish Visionary. Divisionary. Genau. Greensun für eins. Noch nen ... Ja. Noch nen Biowirt. Noch einen schlechtesten Elfen, den das Deck hat. Weil's kein Elf ist. Ja, es hat ... Also wenn der Elf fährt, dann ... Ei, da wird's gar ... Ja, wobei jetzt in der Welt von Plague Engineer ... Kann man ganz froh sein. Welt von Magic 2020. Ja. Ja. Genau. Könnte man da echt ... Genau. Ein Tab in. Bounce in. Jetzt generiert das Deck halt einfach nur noch Mana. Wie blöd. Das ist der Wahnsinn. C2. Oh, richtig gut. Ja. Tab 3. Jetzt fehlt da eigentlich nur noch ein Nether Sentinel. Ja, ein zweiter Nether Sentinel. Damit er wirklich anfangen kann, Mana zu generieren. Weil aktuell generiert er nicht so viel Mana. Ah, da ... da ist noch nen Glimps. Da hat er den Nether Sentinel nicht getappt. Nö, stimmt. Okay. Trigger vergessen. Okay. 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 Okay, unter dem Peil den Nether Sentinel noch zu sehen ist halt schwierig. Ja, ja, klar. Verbuddelt sich die Karten halt auch irgendwie selber. Ja. 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 Muss man einfach sagen, das hat Paper Magic halt zum Nachteil. Ja, da ist Online Magic ein bisschen schöner. Da vergisst du den die ganze Zeit. Ja, ja. Aber ich glaub, es macht er auch nicht. Ah, jetzt hat er. Ah, warte, da war doch noch was. Ja. Ja. Äh, Symbil. Doch. Brunzerbundetal. Das ist halt jetzt auch so ein Draw, den wir jetzt nicht haben. Genau. Geht. Für zwei Mana. Ich will ja tief gucken. Ja, aber du kannst ein Land nicht mehr spielen. Und die Kreaturen, die du finden könntest, die ... Du meinst den zweiten Grad, der ruft da? Mhm. Aber ein nettes Sentinel hat er gefunden. Mhm. Jetzt ist mittlerweile die Frage, glaube ich, was getappt ist und was nicht? Ja. Zwei Mana ... Für ein ... Was? Äh, jetzt wird, glaube ich, kurz überlegt. Drei Mana ... Once Upon a Time oder Green Sun. Man könnte jetzt natürlich Green Sun für den nächsten ... Ne, das Sentinel ... Ja, ich würde wahrscheinlich sogar ... Oh, der Nettlesentil wäre eine gute Idee. Dann hast du halt 3 Mana für jeden aus jedem Spell. Ja. Und vor allem könntest du mit drei Mana dann wieder den ... Offensivio? Okay. Interessant. Man könnte halt für drei Mana auch den ... ... den One-the-Porn-Spielen Mana generieren. Wieder tappen für drei. Einen Mana Elf spielen. Dann hätte man acht Mana und hätte dann gerade auf, glaube ich. Wenn ich es richtig gerechnet habe. Mhm. Zwei, fünf, sechs, sieben. Ne, man hätte nur sieben. Hm. Ja, du kannst ja irgendwie noch zwei Elfen tappen, um einen Mana zu generieren. Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist das ganze Board irgendwie gefühlt getappt. Ja, ich glaube, gerade ist echt alles getappt. Enttappt. Bounce in. Enttappt in. Spielen. Enttappen. Lalalalalala. Trinität. Oh, da zieht. Oh, die beiden Draws, die waren natürlich echt richtig. Auf vier ... Ja, jetzt muss er, glaube ich, sogar schon Greensun spielen. Der hat nur Länder ... Er hat nichts auf der Hand, was Creature ist, was er spielen kann. Er könnte in Once Upon a Time spielen halt. Oh, das wird auch schwierig jetzt. Die beiden tappen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Boah. Okay, er hat was gefunden, was er spielen kann. Das war aber auch in Once Upon a Time, das hat sich echt gewaschen. Auf der anderen Seite hätte er den Scheiß so sonst gezogen. Ja, er hat seine Draws gewissenswert. Ich bitte. Nimmst du den Quirin Ranger mit auf die Hand? Danke. Okay. Er hat kein Mana für den Quirin Ranger, glaube ich, bezahlt. Nein, andere nicht. So, so, so. Aha. Aber ich glaube, er ist gut, glaube ich. Ich meine, es wäre irrelevant gewesen. Er hätte die beiden Nettel Sentinels für ein grünes tappen können, den spielen können. Er hätte dasselbe gehabt, aber grundsätzlich, vielleicht hat er das ja wörtlich kommuniziert. Er könnte auch sagen, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Drei. Er hat jetzt noch einen Greensun. Mhm. Aber er hat, glaube ich, mittlerweile alle ... Der hat die Radhaus auf der Hand. Ja. Aber ich glaube, er hat auch alle Heritage benutzt. Äh, müsste ... Er könnte jetzt, glaube ich, trotzdem noch mit dem Visionary eine Karte ziehen. Aber dann, wo geht er dann dahin, weißt du? Mhm. Mhm. Ja, das ist okay. Auf der anderen Seite, ne. Ich, wir sind pre-board. Kriegst du das Delver-Spiel? Kein ... Mars Remover. Ja, ja. Ja, wobei, es gibt ja hin und wieder Delver-Listen, die dann ... One of Black Engineers spielen. Die soll's geben. Und je nachdem, äh, muss er davor Angst haben. Ja, das stimmt allerdings, ne. Das ist dann so ne Sache. Da stirbt dann halt ne ganze Menge. Ja. Ja. Ja, aber der ist halt eigentlich auch ziemlich frei. Aber in der Theorie hast du dann trotzdem immer noch genug Bums, weil die Symbioten sterben nicht. Du hast die Net-A-Sentiments, die nicht sterben. Das sind aktuell zwei. Ja. Ähm, dann hast du eins, zwei, drei, vier ... Vier oder fünf auf jeden Fall ... Fünf auf jeden Fall noch auf dem Board. Das sind drei Symbioten. Mhm. Dann kannst du Natural Order droppen. Muss da ... Darf halt kein, äh, äh, Force kommen, aber ... Ja, aber Natural Order ist nicht möglich. Mhm. Wenn man halt beide Karate auf der Bande hat, ist das halt eben alles doof. Ich glaube, er hat Draw-Draw vergessen. Aber er hat etwas mal einen Response dazu. Okay. Ziemlich schlechter Draw. Das war echt ein schlechter Draw. Das macht halt grad gar nix. Außer ... Ne, er cycled für zwei durch. Also ... Wow. Wow. Ich glaube, er hat alle Länder auf der Hand, die er drin denn gerade hat. Ja. Bei der Bande ist kurz zu erwähnen, wunderschöne, äh, Forrest. Ja. Das Schrieben von Julian Knapp. Da wird jetzt kurz ... Mittlerweile weiß man nicht mehr, was getappt, was enttappt ist. Ich glaube, es ist auch irrelevant. Ich glaube, es ist wirklich irrelevant. Ich glaube, Basti hat da echt gescoopt und ... Ja, Turn. Das Turn. Im Gehirn nur noch so, okay, es ist eh alles. Es ist alles egal. Das halt jetzt auch, ne? Nächste Runde, Top-D-Cradle, äh ... Spiel zwei Kraterhufs. Dann sind halt jetzt auch, ich glaube, zwei von den Allosaurus Shepard. Man sieht sich ... Ja. Ja, es sind zwei dabei. Ich finde, das hat schon was von Kunst, dieser Bot-State bei Basti. Ja, ich habe den ja tatsächlich sogar fotografiert und auf Instagram hochgelassen. Ja, gescoopt, feuerfrei. Das ist halt ... So keine Elfen, halt, Turn 3. Turn 3 war es, wa? 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, ja. Ja, die sind halt mittlerweile langsamer. Turn 2 ist wesentlich schwieriger ohne den ... Mana-Ramp. Mana-Ramp am Anfang ist halt schon ... Ja. Sideboard. Ich weiß gar nicht, ob der Elfenspieler hier großartig was boarden kann. Ich meine, er kann Thorzies boarden. Der kann Thorzies boarden, er kann die Case boarden. Oh ja, die Case. Muss er auch, weil von Grixis heute wird ein Black Engineer kommen. Oh ja. Einer? Ja, also ... Multiple Anzahl an Black Engineers. Eine Summe X aus Black Engineers. Grixis ... In der Liste waren, glaube ich, sogar nur zwei Black Engineers. Plus die Naset. Die Naset ist halt ziemlich gut. Halt gegen den Glühmstern, wenn ... Ja, und du hast noch diesen Ein-Manner-Speller nicht da drin, der allen Kreaturen einschadet. Alle Kreaturen kriegen einen Schaden. Alle gegnerischen Kreaturen. Ja, wie heißt der denn? Äh ... Blazing Volley. Blazing Volley, genau. Wie gesagt, auf Elfenseiten, Abrupt, vielleicht ... Schönster Start. Abrupt halt sogar auf der Starthand. Uh ... Ja. Schöner Delver. Ja. Ist, glaube ich, auch wichtig gegen Elfen, dass man den ersten Mal aufbaut. Turn 1, irgendwas hinzulegen, was was macht, ist echt wichtig. Da ist ein wunderschöner Mountain. Ähm ... Forest. Forest. Ja. Da habe ich auch hart wieder gekämpft, dass die unterschrieben sind. Und da kommt Forest. Ja. Denke nämlich auch, dass es tatsächlich ... Wirft das den Elfen-Spieler so weit nach hinten, weil in der zweiten Runde macht der halt jetzt auch nichts. Nee. Oh mein Gott. Mein Delver ist geflippt. Blindflip in der ersten Runde. Oh mein Gott. Das passiert normalerweise nicht. Die sind bei mir normalerweise in der Brainsome-Ponder-Gewerkschaft. Mhm. Und da sind die ganz weit ... So, dann ... Oh, Pyro. Das ist jetzt halt ... Das ist halt ... Das ist halt ... ... Pressure auf dem Board. Genau. Aber das brauchst du halt auch gegen Elfen, weil wenn du Elfen ein bisschen in Ruhe lässt, prügeln die halt einen kaputt. Und mit dem Board-State aktuell ist halt relativ unwahrscheinlich, dass da was passiert. Ähm ... Ja. In Abrupt Decay verlangsamt dich halt wieder, aber ... Ja, aber hat da eine Runde nichts gemacht. Mhm. So, äh ... Kriegst des Stellver-Spieler hat er halt auch, so wie ich schon gesehen hab, ein Waste-Stand auf der Hand, weil der muss dann ein Bio legen. Das heißt, er hat nächste Runde auch dann wieder ein Land weniger. Ja, stimmt, stimmt. Wieder ein Land weniger plus noch der Brainstorm. Aber dann kannst du halt nicht Brainstorm-Fetch machen. Was heißt der? Der hat wieder mal ein Kraterhofer auf der Hand. Ja, das Pet hier. So, da kommt jetzt Decay, Visionary ... Decay oder Visionary ist halt die Frage, was man hier jetzt macht. Okay, go. Das bedeutet, es ist Abrupt. Ja. End of Turn. Abrupt Decay. Ja, im Convert ... Das ist ein Push, richtig? Das ist ein Push, ja. Die Artworks sind halt gewöhnungsbedürftig, ne? Ja. Und jetzt? Ja. Decay den Pyro. Decay den Pyro. Damit hab ich nicht gerechnet. Brainstorm für den Token. Ja, okay. Nee, der Pyro eskaliert halt extrem mit dem Arcanisten. Ja. Das ist halt ... Das stimmt. Schon wahr. Das stimmt. Aber der Arcanist, der macht halt auch erst in zwei oder drei Runden was. Ist das das Volley? Ich glaube, das ist das Volley, oder? Hm, das sieht fast so aus. Das sieht fast aus wie Full Art. Nee, das gibt's ja, glaub ich, gar nicht in Full Art. Ja, das ist gleich so ein Volley. Okay. Noch ein Wasteland und ein Dreadhought und den anderen Token. Die wunderschönen Gloomanders. Weißt du, was da noch viel coolere Tokens wäre? Ja. Die leicht sexuell angehauchten Tokens von MG. Ja. Die könnten aber auch dazu führen, dass du das Turnier nicht lange mitspielst. Das stimmt allerdings. Ich hab aber immer meinen Gegnern gefragt, ob die in Ordnung sind, wenn ich die gespielt hab. Ja. Wobei ich die Gloomander einfach wesentlich witziger finde. Ja. Das stimmt. Dafür musste ich extra bei MKM auf Dings was bestimmen. Pokémon umswitchen. Umswitchen. Das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht hab, wird's denn jetzt verkehren? Ja. Da hättest du auch auf Yu-Gi-Oh! Umswitchen können. Oh, ich kenn mich mit Yu-Gi-Oh! Nicht wahr. Gut. Ähm. Was passiert da jetzt? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Das ist einfach nur der Angriff für drei. Das heißt, äh, Elfen-Spieler ist in dem Fall hier auf 13. 14. 14. 13. Fetch. 13. Nicht Fetch. Okay. Zu langsam kommt der Wirbel auch wieder ins Bild. Das find ich ganz gut. Mmh. Second Mountain. Ach, Alter! Was ist los? Du spielst so viel vor The Red Prison. Ja. Irgendwie. Immer wenn ich, äh, wenn ich, äh, äh, Basics sehe ich, Mountains. Müsstest du nicht eigentlich bei Non-Basics Mountains sehen? Alles ist maul. Alles maul. Ich maul und du maul. Ja, genau. Wunderschönes Meme. Äh, ja. Ja. Visionary. Ja. Cycle. Kann man auch einfach resolven lassen, weil... Der macht halt nicht viel, außer halt irgendwas... Zu einem Push zu sterben. Ja gut. Hier ist natürlich jetzt schon wichtig, wenn jetzt der Pyro schon noch draußen liegen wäre... Genau. Also wenn der Pyro jetzt draußen gelegen wäre, hätten nächste Runde, äh, 4, 7 geschwungen und die Runde davor wären es 5 gewesen. Ja. Mit dem Pyro. Das ist halt schon wichtig, dass der halt auch geht. Ja. Ja. Ich unterschätze ihn tatsächlich ganz, ganz. Hast du überlegt? Der Pyro mit einem Token macht genauso viel Damage wie der Delver. Delver, ja, ja, genau. Und sobald der Pyro zwei Tokens generiert hat, hat er quasi mehr Damage. Ja. Deswegen skaliert schon wesentlich härter als der Delver. Logischerweise. Gerade mit dem Arkenisten. Dann übrigens ein Arkenist. Ja. Ungekart davon reden. Ja. Dann runter auf... 9. Ja. Boult war keiner bisher im Spiel. Nee. Dann ist der Arkenisten noch nicht so lief, wie ich es gerne hätte. Oh, die Hand ist auch super schlecht. Ja, okay. Mal trotzdem immer noch die Options von Brainsome und Push. Ja. Aber die Hand ist super schlecht vom Elfen-Spieler. Ich hatte nur einen Krater aufgesehen. Das ist ein Kraterhof, es sind zwei Elfen und eine Mengelländer. Oh, Land. Ja. Die Cradle ist halt tot. Ja. Weil es halt keine Kraterung gibt. Er könnte jetzt versuchen noch was zu machen, aber... Da kommt ein Druide, eine Handkarte. Ja, okay. Die Handkarte ist das Volley, ne? Ja. Und das Volley macht halt auch das Board platt irgendwo. Da weiß man halt safe, was passiert. Uff. Ja. Das sind alle beiden Handkarten, ne? Ja. Man hätte halt Fetchland auch legen können, damit man die Dryad noch fetschen könnte. Ach, das war das Wasteland. Ja. Damit das Wasteland nicht dazu stirbt. Und dann halt Blazing Volley. Oh. Schieb alles hin und dann... Ja. Angriff. Hier nimmt man aber, glaub ich, den... Kann man hier den Thorzies nehmen? Nee. Würde ich nicht. Okay. Ja. Hat er genug gesehen. Ja, ja. Der Brainstorm. Und dann im Zweifelsfall kann man nächste Runde einfach nochmal das Volley zünden. Das Volley hast du halt dauerhaft dann im Friedhof lungern. Ja, ja. Das ist halt ziemlich gut. Du gehst in deine Attacker-Face und clearst das Board. Ja, vor allem kannst du damit halt auch mal zwei Schaden in eine Runde schießen. Ja. Das ist halt das Coole daran. Ja, sonst? Ich glaub, zwischen Game 1 und Game 2 ändert sich da nicht so viel. Nee, ich glaub, Boarding ist, äh... Irreland. Genau so, wie es ist. Aber auf beiden Seiten. Ja. Ähm... Ich... ...wisste jetzt nicht, was man noch großartig... Bei Busty, glaub ich, auch nicht wirklich was reinnehmen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man Grave Diggers Cage vergessen hat, den jetzt vielleicht noch reinnimmt, wenn er ihn überhaupt hat. Nee, nee, Grave Diggers Cage behindert ihn ja selber auch. Ach stimmt, der behindert ihn ja selber. Er hat Laylines theoretisch. Ist die Frage, ob man gegen diese Art von Deck Laylines spielen möchte, weil das sehe ich nämlich nicht. Ja, es halt... Gegen Grave Diggers selber möchte man das eigentlich nicht. Der Agnes ist zwar gut, aber... Ob der gut genug ist dafür, dass man da so viele schlechte Karten reinnimmt, bin ich mir nicht sicher. Okay, der Dreadfetch geht durch. Ja. Ich bittere einen Bolt Turn 1. Ja, Bolt. Das wäre ganz gut. Immer in dieser Richtung. Oder es ist halt tatsächlich einfach eine aggressive Hand gehalten. Das geht ja auch mit dem Deck tatsächlich. Ja. Gerade weil du ja auch immer noch mit den Drachen drin spielst. Ja, ja. Zwei Sprite Dragon drin, die ähm... Skalieren halt auch. Die Frage ist, ob die Game 3 noch drin sind. Ja. Es kann natürlich auch gut sein, dass die Game, die Plex raus sind. Nee, nee, die ähm... Sachen, die safe raus sind, sind die Force of... Ist das Force of Negation? Ja. Macht halt nicht so viel. Forts. Und ähm... Ja, die Hand ist dort. Genau. Okay, jetzt war aber auch ein Mulligan, richtig? Eins... Zwei... 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 Fünf... Fünf... Das ist ein Mulligan. Das ist ein Mulligan auf fünf. Nee, auf sechs. Auf sechs, auf sechs. Die Karte ersetzt sich, die Karte ersetzt sich. Das heißt, zwei, vier, sechs. Mulligan auf sechs. Ja, ja. Ähm... Ja, hier, je nachdem wie die Hand aussieht, halt, wenn man das abrupt nimmt, hat man wahrscheinlich eine kreaturenlastige Hand. Wenn man das abrupt nimmt, hat man eine kreaturenlastige Hand. Auf der anderen Seite ist da grad kein schwarzes Mana. Das stimmt. Und ähm... Ja, ich... Da macht der Visionary am meisten Sinn, weil der ist ein extrem festen zusätzlicher Draw. Ja, das seh ich auch. Ähm... Ja. Es hat halt drei Schaden ins eigene Gesicht. Ist halt auch nicht so... Tut man da auf der Hand. Es hat auf jeden Fall einen Force on Wasteland, Brainstorm, Bolt... Ja, so was in dieser Richtung. Da passiert wohl jetzt auch nicht so viel. Scheint kein Land gezogen zu haben. Ne. Jetzt kann man probieren, irgendwie was ins Board zu bringen. Ist halt schwierig, weil, ähm, grad gegen Kriegs-Stay war viel Removal. Mhm. Ja, und halt auch viel für Sport. Auf der anderen Seite, wenn dann halt wirklich so ein Glimpse-Turn durchkommt, wie man jetzt Game 1 gesehen hat... Oh wow, try it up. That's way to try it. Wie man halt gesehen hat, äh, Game 1, wenn da wirklich so eine Glimpse-Chain durchkommt, äh, hilft der ganze Removal halt auch nichts auf der Hand. Ne. Das ist es halt. Das ist schon ein ganz interessantes Match-Up tatsächlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so, so ausgewogen irgendwo dann doch ist. Tatsächlich, ich sehe ein Bolt auf der Hand. Hätten wir vielleicht besser auf Badlands geflitcht. Auf der anderen Seite könnte man dann jetzt nicht brainstormen. Ja, plus, ich glaube, deine Main-Farbe ist halt eher blau statt schwarz. Ja, definitiv. Und, ähm... Danach kommt rot. Genau, aber wenn man halt schon die Volcanic auf der Hand sieht... Schwarz sind sechs Karten. Ja. Auch nach dem Boden? Nach dem Boden sind es, äh, acht. Wahrscheinlich ein bisschen mehr, ja. Aber, ähm, ich sag mal, wenn du jetzt wirklich das schwarz-rote genommen hättest, hättest du halt weniger blau. Was? Und Doppelrot brauchst du, glaube ich, auch fast nicht. Nie. Doppelrot brauchen wir nicht. Man braucht irgendwas im Sideboard Doppelblau. Ja, Doppelblau ist ja alleine für Brainstorming to Ponder oder ähnliches ganz gut. Ähm, oder Force of Negation. Oh ja, klar. Hardcast, Force of Negation, klar. Aber die sind ja wahrscheinlich raus. Die sind definitiv raus. Du hast halt nur zwei Targets. Ja. Die vernünftig sind. Die Decays willst du nicht targeten. Und ein Force ist immer... Ja. Weil alles andere ist eh unkonterbar durch Alosaurus Shepard. Ja, Alosaurus Shepard. Der hat das Match-Up halt auch richtig, ja. Der hat das richtig umgeworfen. Nicht so schlimm wie beim Mono Red Prison. Aber schon... Mono Red Prison ist halt jetzt echt... Jetzt kommt wahrscheinlich ein Bolt auf den nicht so guten Elfen, weil er kein Elf ist. Elf. Ja. Weil dann hat man die, äh... Bounce Mechanic ausgeschaltet. Und den Mana Ramp, den man damit machen könnte. Ja, genau. Also er ist ja auch ein Ramp. So, mal gucken. Das ist ein Draw. Das ist ein Draw. Das ist ein Draw, aber es ist wahrscheinlich kein... Guter, ich glaube es war ein Visionary. Ich glaube auch, es war ein Visionary. Das wäre halt gerade mit dem Ding ziemlich gut. Mit dem... Da würde ich aber halt überlegen, den auf der Hand zu behalten für einen Glimpsezug. Ich glaube nicht, dass du das kannst. Weil jetzt gerade gegen Delver, die du ja schon selber gesagt hast, mit der Menge Removal, wenn dann deine Board... Weil deine Mana Basis ist aktuell Kreaturen. Naja... Da braucht nur ein Blazing Volley zu kommen und dann... Oh, sogar mit Vorsicht, natürlich. Weil man nicht weiß, was danach kommt. Die Nase hat weggeschmissen. Ja. Weil die jetzt eigentlich egal ist. Ja, oder halt einfach umgeklatscht wird, weil du sie nicht verteidigen kannst. Ja. Das ist schon nicht schlecht, dass man die weglegt. Aber wenn man die an Bord hat, ist die schon ziemlich, ziemlich, ziemlich stark. Ja. Die schaltet die... Die, ähm... Schaltet die Draws halt komplett aus. Ja. Die schaltet Glimpse aus. Die schaltet random die komische Gegrinde, was sie manchmal mit dem Visionary und dem... Ja. Den Viral Symbioten. Den Viral Symbioten machen, genau. Das ist ja einfach mal Draw-2-Card-Spot-Turn. Und das schaltest du halt einfach aus. Was kommt da? Ich habe den neuen Snapcaster gesehen. Seagate. Wie heißt der Seagate? Seagate. Stormcaster. Genau. Eieieiei. Bold hast du auch schon gespielt. Bold habe ich schon gespielt, ja. Können wir jetzt natürlich den plus Push. Also er macht, wenn er 2x2-1 mit ins Spielfeld kommt, kopiert er den nächsten Spell. Genau. Der kopiert den nächsten Spell in deiner Runde. Ja, ja. Also der geht nicht bis zum nächsten Spell, sondern nur in deiner Runde. Okay, okay, okay. Und er hat noch, ich glaube irgendwas irrelevantes. Ich weiß nicht, was ist das Lifeling? Kicker. Kicker. Kicker, ja. Ja, und das ist halt 2x1. Also Stats wie der Snapcaster. Oh, da ist noch ein Bold. Oh mein Gott. Ja, ne? Bold. Bold. Uff. Das ist halt jetzt echt hart. Ja. Wenn das jetzt noch ein Fogbolt gewesen wäre. Boah. Da wäre alles weg. Mh. Plus ein Damage im Gesicht. Aber kriegst du keinen Fogbolt. Naja, stimmt. Aber jetzt halt mit 2x1 ist der natürlich auch ziemlicher Aggro Clock. Ja. Also im Vergleich zu Snappy, der halt auch Snappy Beatdown machen kann. Ist das halt ein Seagate Beatdown? Da ist halt jetzt noch 8,5 Angriffe. Naja. 9,5 Angriffe. 9,5 Angriffe. Oh, Dreadhought habe ich gesehen. Und die zweite Card habe ich nicht mehr gesehen. Mh. Das sieht nur ein B-B-B-Bold aus. Das wäre ja ziemlich gut. Man kann halt hier jetzt einfach mal einfach nur eine Kreatur droppen und nichts machen, weil man hat, ich glaube der Push ist noch am Friedhof. Ja, Push ist noch am Friedhof. Hier hätte man natürlich auch mit dem Seagate angreifen können. Ich meine, der Basti hätte auf keinen Fall jemals geblockt. Ja, und der hat sich eigentlich nichts getan. Ja. Es sind halt zwei Damage, die man hätte machen können. Weil ich glaube nicht, dass hier jetzt großartig was kommt. Jetzt merkt man halt, dass Elber allgemein mittlerweile echt ein Aggro Deck mit Grind Plan geworden ist. Weniger Aggro, mehr Grinds hast du. Da ist jetzt halt, ja, Wasteland Bolt. Ja, super. Nehme ich genau so. Ja. Möchtest du auch beide so haben? Weil Spice removed. Flashbacks, den Brainstorm beim Angriff. Oder der Thoughtseize für das Abrupt. Einfach nur um safe zu haben. Also das ist, glaube ich, wäre das jetzt auch eine Idee. Wasteland. Ja, Entschuldigung, man kann jetzt hier erstmal gucken. Okay, man nimmt den Bolt aus dem Friedhof und hat noch einen Bolt auf der Hand. Wasteland Bolt als Reaktion da drauf. Ja. Obendrauf lag, glaube ich, noch ein Fetchland. Fetchland, genau. Ja, das ist halt immer die Frage. Spielt man das? Boah, totes Land. Ja, nicht gut. Spielt man den Brainstorm halt in seinem Zug, um das Fetchland Value zu haben? Oder halt zum, damit man die nächsten zwei, drei Turns gutes Card zieht. Mhm. Wie viel Damage sind das hier? Sechs, neun Damage, korrekt. Wenn man wirklich möchte. Jetzt kommt Sorcees. Ja, hier kommt Sorcees. Das ist halt wichtig. Das Glimpse ist tot. Das Glimpse ist tot. Deswegen würde ich wahrscheinlich das Abrupt Decay nehmen. Safe. Weil du hast aktuell drei Schaden auf dem Board. Wenn der dir den Seagate wegnimmt, hast du nur noch einen Schaden auf dem Board. Und du hast ja nicht unendlich viele Bolts. Oder du nimmst natürlich den Dreadhorde raus und hast dann nur die zwei Schaden am Board. Was immer noch sechseinhalb Runden sind. Bis sieben Runden sind. Ja. Jetzt kann man eigentlich Go sagen. War mit dem Bolt noch auf der Hand. Mhm. Kann man da echt was ganz Gutes machen noch? Ja. Da passiert nix. Ne. Wahrscheinlich ist der gute Kraderhuf gezogen. Progenitus wäre hier der Klassiker. Boah, ja. Aber ich glaube nicht, dass er ihn gegen Elfen reinboardet. Aponda. Aponda, das ist Black Ender. Ja, Black Ender gezogen. Eliminate und Fetchland. Ja. Das will man alles. Aber hier muss man dann leider Fetchen. Ja, okay. Man hätte halt auch erst angreifen können. Hätte noch das Eliminate ziehen können. Ah ja, stimmt. Stimmt, klar. Oder das Ponder oder den Brainstorm. Aber so hat man halt jetzt gleich einen frischen Brainstorm. So hat man gleich einen frischen Brainstorm. Beziehungsweise ich würde wahrscheinlich den Pondern eher. Ich würde tatsächlich glaube ich den Brainstorm nehmen, weil du kannst die Runde drauf immer noch Pondern. So würdest du. Ja, falls du die dritte Karte nicht magst. Ich bin halt immer dabei, dass ich zwei Karten wegschaffeln will. Aber ich glaube im Delver hast du gar nicht so viele situationsbedingte Karten. Du kennst die Handkarte ja nicht. Wenn die Handkarte... Das ist der Bolt. Stimmt. Die willst du immer noch. Die willst du haben. Also deswegen, es kann auch gut sein, dass man einfach nur eine Karte zurückmischen möchte. Und ich glaube, das ist einfach so ein Ding. Ich habe ja nie wirklich außer Esper Delver, Delver großartig selber gespielt. Über einen langen Zeitraum. Ich glaube im Delver hast du das gar nicht so krass, dass du zwei Karten immer weglegen musst. Sondern eher eine. Du hast halt so viel drin, was halt eigentlich nur Luft ist. Ja. Ich würde in dem Moment glaube ich sogar einen Dace behalten. Ja, auf jeden Fall. Um irgendwas zu machen, musst du einen Glimpse-Zug zaubern und wenn du dem dann einen Mana abzwackst, reicht das oftmals schon. Ja. Ja. Der Angriff könnte man halt... Doch, doch. Ponder. Ja. Okay. Um es frisch zu halten, glaube ich, ist das ganz gut. Delver, Push, Wasteland. Wasteland für die Cradle. Push obendrauf. Aber ich glaube, man hat schon ein Land gelegt. Ja, ja, aber ähm... Ne, das Fettschland lag glaube ich schon. Stimmt, das Fettschland lag schon. Da wird jetzt glaube ich auch selber gerade nochmal nachgerechnet. Ja, genau. Da war gerade glaube ich die Frage. Ja. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Könnt ihr ja mir in die Kommentare schreiben. Ihr werdet das nämlich zurückspulen können, wir nicht. Ja. Und da ist Aufgabe und dann ist das Spiel vorbei. Es wäre so oder so vorbei gewesen, aber das hat den letzten Wochen gebrochen. Das war äh... Boah. Ja, das war Verböbelung. Hat auch ganz cool gezeigt, was der Seagate alles kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseat. Ciao, ciao. Bis então. Bis dann. Bis dann, quatschеру. Untertitelung des ZDF, 2020